Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich geh da nicht rein. Das ist wie ein Gruselfilm. Nein. Das ist schlimmer. Das ist echt. Habt ihr euch schon mal ge- Ich meine... Ist das wahr? Ja, Markus hat recht. Fahren wir los. Also, wann und wo können wir spielen? Wo ist euer Stadion? Raban und Joschka, einer von uns muss morgen früh fliegen. Und landen? Muss er das auch? Sollte er das Ganze vielleicht überleben? Raban. Das meine ich ernst. Okay. Einen Moment. So könnte es funktionieren. Nev, wir brauchen deinen Card. Ja. 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 Vielen Dank.